Mein Name ist Konrad Roos. Ich wohne in Wallwil. Ich mache Wanderleiter bei den Senioren Wallwil-Eggelswil. Ich habe eine Anfrage vom Willisauer-Bot bekommen, ob ich bereit wäre zu sagen, was wir Verwanderungen machen und was wir machen. Wir fahren gewöhnlich mit der PW. Zuerst an einen Ort. Dann ist das Schulhaus Steijacher in Ergelswil. Dann sind wir nachher zu unserem ersten Ziel, der Lothar-Hütte. Der meiste Spass macht mir, wenn ich sehe, wie dankbar die Leute sind, dass man so etwas macht. Ich denke, es ist auch wichtig, wenn man älter wird, soziale Kontakte nicht vernachlässigen. Wir haben auch gerade in Wallwil die letzten Jahre sehr viele Neuzuzöger gehabt, die das auch sehr schätzen, wenn sie so in Kontakt kommen können mit der einheimischen Bevölkerung. Sicher habe ich immer dabei mein kleine Notfallböchse mit ein wenig Pflaster und ein wenig Salbe, wenn das nötig wäre. Aber was wir zum Glück bis jetzt noch hier gebraucht haben. Das war ich. Ja, ja, ja.